Tatsächlich hat der Arzt am Montag angerufen und meinte, er würde sich mit meiner Ärztin auseinandersetzen, da die meinen Fall besser kennen. Ja, und jetzt hitze ich wieder hier und warte. Soll ich sagen, ich traue mich nicht, in der Nora anzurufen? Oder soll ich es einfach wagen und gleich der netten Sprechstundenhilfe an den Kopf knallen? Ob es Ihnen Spaß macht, mir beim Verrecken zuzusehen, dann soll ich es mir bitte mitteilen, damit ich mitlachen kann. Schon wieder 32 Stunden geschlafen. Ich konnte gerade eben das Wasser hinten nicht aufdrehen, nicht abdrehen. Das Handtuch liegt natürlich auf dem Boden. Mir ist verdammt, verdammt, verdammt nach völliger Hoffnungslosigkeit und nach fetten Überdosis. Dieses meiner Richtigen. Und das Video wird ohnehin zusammengestimpert, weil ich es nicht mehr schaffe. Ich kann es nicht mehr. So wie alles irgendwann mit dem Satz, ich kann es nicht mehr, gestorben ist. Aber das macht jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr schaffe. Vielen Dank.